Sie sind hier, 24. Oktober 2018, 20.23 Uhr, von Sport1, Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Riedle Baku fehlt dem FSV Mainz 05, 8 Wochen lang, Urheberrecht, Getty Images, Mainz 05 muss monatelang ohne Riedle Baku auskommen. Der junge Sechser verletzt sich bei der Partie in Mönchengladbach schwer am linken Fuß. Schlechte Nachrichten für den FSV Mainz 05, Mittelfeldspieler Riedle Baku fällt nach Vereinsangaben wegen eines Risses der Syndesmose und einer Innenbandverletzung im linken Fuß rund 8 Wochen aus. Der 20-Jährige hatte die Bless-Uhr zwar schon am vergangenen Sonntag im Punktspiel bei Borussia Mönchengladbach 0 zu 4 erlitten. Die Diagnose trafen die Mediziner der Universitätsklinik Mainz jedoch erst nach mehrtägigen Untersuchungen. Twitter.com-1-Fisch-Mainz 05-Status-1055140565585666048 Baku war mitten im Abstiegskampf der vergangenen Saison ins Team gerutscht und hatte mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. In dieser Saison sicherte sich der Sechser einen Stammplatz und stand in jeder Partie in der Startelf. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-DK und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr von Sport-Informations-Dienst Live-Streams, 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 Live-izing Nlamour, Lseigoells, TV-kopier, individual-Jaimes rinz. Live-Streams, Live-Streams, Live-Bokay. anie-Z repre operational ist eine Plattform-Informations-Dienst gut�로, Beisprache-innen Ja Americans nennen, flat тайdam, sich zu verholen G Senin belie, gerne mal tapenen Meinen, Look-Gust-onter Try turbine-Sisan potent Mysteriet dataset preferen Garten mit zur UN graduate-Gönößen. Vielen Dank.